Elektronische Musik ist für mich, sich selbst zu verwirklichen. Da wird ja ein Raum genau für die Leute geschaffen, denen es einfach dann mal egal sein kann, was man macht, was man anzieht, was man für Musik hört und sich einfach so darin ausleben kann. Irgendwie, es repräsentiert das, was du selbst bist. Bis zum nächsten Mal.